Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin etwas leichter oder ein bisschen schlechter als gestern, momentan bei 23.500 US-Dollar. Heute stehen sehr, sehr wichtige Zahlen an. Wir haben einmal die Non-Farm Payrolls, außerdem die durchschnittlichen Stundenlöhne, die heute auch auf uns warten, heute Nachmittag. Und Bitcoin knabbert an einem höheren Hoch. Ob das jetzt Bullish ist oder Bearish, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, macht bitte die 3000 Abos heute im Laufe des Tages voll, würde ich mich riesig drüber freuen. Und kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Trades bzw. auf die neuesten Updates, dann gerne dem Link unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte folgen. Gut, und damit würde ich sagen, wir verschwenden keine Zeit momentan. Wie gesagt, 23.500 US-Dollar ein bisschen oder ein leichter Abverkauf hier in diese Zone, wo wir darüber gesprochen haben. Die Ineffizienz wurde noch nicht ganz geschlossen, die liegt hier bei den 23.155 US-Dollar. Es sieht auf den kleineren Timeframes noch nicht bearish aus. Wir haben die Struktur an sich noch nicht gebrochen. Wir bilden weiterhin höhere Tiefs und höhere Hochs. Bis auf gestern, jetzt mal hier die Ausnahme, so sieht es in den kleineren Timeframes aus. Man soll aber nicht nur auf die kleineren Timeframes gucken, sondern wir müssen auch mal einen Blick auf das große Ganze werfen. Und da blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe drauf. Wie sieht es denn da aus? Und zwar, da tut sich doch ein bisschen mehr. Wir hatten zwar vorgestern, also ja doch vorgestern oder gestern, einen guten Peak nochmal nach oben. Wir hatten aber kein höheres hochgebildet. Das heißt, wir haben hier diesen WIG, den wir bei 23.960 gebildet haben, nicht halten können. Wir sind hier drunter geschlossen bei 23.844. Der WIG ging aber bis 24.250. Das spricht dafür, okay, die Liquidität nach oben hin wurde abgegrast. Wir haben kein höheres hochgekriegt. Und jetzt könnte eine Trendwende kommen. Jetzt auch mit dem heutigen Daily-Close wird es dann sehr, sehr interessant werden, wie wir da heute schließen. Momentan sieht es noch nicht wirklich gut aus. Eher so eine kleine Art Doppeltop, was wir hier momentan bilden. Aber, wie gesagt, die Struktur ist noch nicht gebrochen. Darauf müssen wir achten. Daily-Close, auch das Volumen her, nicht wirklich signifikant hoch. Wir blicken jetzt aber nochmal, um das Ganze ein bisschen zu backtesten. Nicht nur auf den Bing-X-Chart, sondern wir blicken hier auch mal ganz kurz auf den Binance-Chart. Und da sieht das Ganze schon nochmal ein bisschen anders aus. Klar, der Daily-Close war hier an sich nochmal ein bisschen beschissener. Also auch kein höheres Hoch. Sogar noch unter diesem letzten Hoch, was wir hier gebildet haben am, was war es, 30. Januar. Volumen. Verkaufsvolumen ist deutlich, deutlich größer geworden. Jetzt schon mit der gestrigen Kerze. Also auch nicht wirklich bullisch. Liquidität abgegriffen, rot geschlossen. Nicht wirklich gut auf dem Daily-Time-Frame. Jetzt gehen wir aber wieder mal auf den 1-Stunden-Time-Frame. Weil nur auf den großen, klar, sieht jetzt erstmal bearish aus. Trotzdem, wir müssen uns die kleinen Strukturen hier erstmal anschauen. Und zwar, wie gesagt, die Ineffizienz wurde hier noch nicht geschlossen. Wir blicken ganz kurz auf den Traders-Reality-Indikator. Da sehen wir auch, okay, der Vektor ist noch offen. Bis 23.156. Und das ist so momentan das Level, welches ich gerne nochmal testen würde. Hier unten würde dann ein potenzieller Long-Entry für mich auf jeden Fall drinnen sein. Aber wir haben ja, ich habe es ja gerade am Anfang vom Video drüber gesprochen, wir haben heute noch wichtige Daten. Und zwar die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Die kommen heute um 14.30 Uhr. Prognose liegt bei 185.000. Und die könnte den ganzen Markt nochmal deutlich mehr in Bewegung auf jeden Fall bringen. Es waren zuletzt 223.000 Stellen, die geschaffen wurden. war bis jetzt die letzten Monate immer so, dass die Wirtschaft es immer sehr, sehr gut verkraftet hat. So, jetzt haben wir 185.000, also Nummer 40.000 weniger als die Woche, oder als den Monat besser gesagt davor. Da wird es auf jeden Fall drauf ankommen. Sollten die Zahlen schlechter sein, meines Erachtens nach, ist es möglich, dass Bitcoin auf jeden Fall, sage ich mal, der Wirtschaft geht es dann scheiße, Fett ist alles eingepreist, dass Bitcoin hier einen größeren Dump nochmal sieht. Sollten die Zahlen besser sein, ist es echt möglich, dass wir hier auf jeden Fall wieder hoch in Richtung 25, wenn nicht sogar 26.000 US-Dollar gehen. Also da wird es ganz, ganz explizit drauf ankommen. Und natürlich auf die durchschnittlichen Stundenlöhne. Wir haben hier eine Prognose von 0,3 Prozent, dass die gestiegen sind. Sollten die auch einbrechen? Weil wir hatten ja gestern Zahlen, ihr habt es glaube ich schon in der Gruppe gelesen, von Amazon, Google und so. Die waren jetzt nicht überall so besonders. Ich glaube Apple war auch. War es überhaupt Amazon? Oder habe ich es jetzt gerade verwechst? Egal. Die waren jetzt nicht unbedingt mega Bombe. Und da ich deswegen auch mal ein bisschen auf die Stundenlöhne achten. Sind die so wie prognostiziert? Ist alles gut? Sollten die sinken? Dann sehen wir hier schon immer mehr die Zeichen einer Rezession und darauf müssen wir natürlich auch reagieren. Deswegen bin ich momentan zumindest noch in der Stimmung, hier unten in Long einzugehen. Ich warte nur ehrlich gesagt noch auf die 14.30 Uhr. Das ist jetzt eben so gerade ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Gehen wir hier Long, haben wir hier einen Risk vom jetzigen Stand aus. Gehen wir mal hier. Weil wir hier mindestens unter das letzte Low müssen von 3%. Und das ist eine Menge Holz vor der Hütte. Sage ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich. Das ist mir persönlich zu viel. Für so einen Trade, der möglicherweise da hoch geht, mir wäre es lieber, sollten wir hier runter gehen in den Bereich der 23.200. Dann minimiert sich das oder halbiert sich das Risk. Wir müssen hier mindestens unter diesem Brick gehen, weil ihr seht das Volumen ist jetzt zwar nicht mördermäßig, aber auf Binance war dieses Volumen wieder deutlich höher. Und wir hatten hier, also hier den Fettzinsentscheid. Das heißt, hier ist eine Menge Longvolumen dann reingekommen, beziehungsweise die Pole-Rede. Deswegen muss der Stop-Loss einfach hier drunter gelegt werden. Mindestens, wenn nicht sogar hier unter dieses Low bei 22.489. Und das Risiko ist momentan meines Erachtens nach einfach zu groß. Deswegen gibt es immer noch kein Setup. Mir ist die Marktlage momentan einfach zu ungewiss. Und da tut es mir auch leid, wenn da momentan nichts kommt. Das ist dann auch, warum Copy-Trading momentan ein bisschen verschoben wird. Aber ich gehe dieses Risiko gerade ungern ein, weil genau hier in dieser Zone jetzt einen Long zu eröffnen. Klar kann es funktionieren, dass wir hier nochmal eventuell das Hoch abgrasen. Volumentechnisch müssen wir es aber nicht. Klar, hier oben dieses Hoch bei 24.3 ist nochmal verlockend, um die Liquidität abzugrasen. Das zeichnen wir mal ganz kurz ein, damit ihr wisst, wo ungefähr so eine Zone sein sollte. Das wäre nämlich so gestern das Wunsch-Szenario gewesen. Wir holen uns dieses Hoch hier. Deswegen auch der Fahrplan hier oben wäre mein Short gewesen oder der Short-Entry gewesen mit einem engen Stop-Loss und dann die Bewegung nach unten. Hat er sich aber nicht geholt. Er ist vorher schon gedreht und deswegen für mich kein Short. Wenn wir jetzt auch hier wieder vor dieser gelben Zone drehen, ist das für mich auch kein Long. Dann warte ich auf neue Signale. Und dann schauen wir mal, wie hier oben die Reaktion möglicherweise jetzt im Laufe des Tages ist. Sollten wir bis 14.30 Uhr hier hochklettern, ohne wirklich signifikantes Volumen, ist das für mich ganz ehrlich bearish und wir gehen hier auf jeden Fall ein Short ein. Sollten wir hier runtergehen und eine schöne Reaktion sehen in diesem Moment, zahlen dann positiv, dann ist es auf jeden Fall für mich ein Long-Instinct und wir könnten auf jeden Fall, und das ist immer noch für mich das übergeordnete Ziel, Richtung hier oben die 26.7 ungefähr antesten. Hier liegt die Ineffizienz, hier in diesem Bereich. Das ist so das Ziel. Sollten die Zahlen bullish für uns sein, ist das hier oben das Ziel. Vorher bin ich jetzt mittlerweile überhaupt am überlegen, ob wir hier überhaupt Short gehen sollten. Für mich immer noch übergeordnet Long, das ist die Richtung. Danach sollten wir meines Erachtens nach gehen. Aber es ergibt sich eben momentan in der jetzigen Situation kaum etwas, wo ich jetzt sagen könnte, okay, wir gehen jetzt genau hier Long mit über 3 oder 4% Risk. Das will ich mir selber persönlich nicht antun. Sollten die Zahlen, wie gesagt, negativ ausfallen, ist es möglich, dass wir hier auf jeden Fall in den Bereich der 21.6 gehen. Hier wird eine Menge, Menge Long-Liquidation wahrscheinlich stattfinden. Wir machen mal ganz kurz dieses Rising Wedge weg und zeichnen uns nochmal so einen kleinen Abtrendkanal oder so ein Megafon, wie man auch dazu zeigen möchte. Oder Rising Broadening Wedge kann man es, glaube ich, auch nennen. Aber das ist so momentan einfach der Kanal, der gilt. Brechen wir hier unter diese 22.6 geht es relativ flott Richtung 21.6. Also das heißt momentan, erst nochmal ein bisschen Seitenlinie. Ich warte noch die Zahlen ab, beziehungsweise bis mir der Chart hier wirklich ein genauer Setup liefert, meines Erachtens nach. Und dann können wir den ganzen Mist auch deutlich, deutlich einfacher traden. Schauen wir uns Ethereum an. Hier sind wir nochmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Hier haben wir komischerweise wieder ein höheres Hoch gebildet. Das sehen wir, wir haben die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Hier komplett das Gegenteil von Bitcoin. Downtrend, Bitcoin höhere Hochs. Jetzt hier genau das Gegenteil bei Ethereum. Höheres Hoch nochmal hier gewickt. Bei ungefähr 1.714 hatten sogar ein Stundenclose darunter. Nächste Stundenkerze war dann deutlich bearischer. Deswegen blicken wir hier mal ganz kurz auf den Daily Timeframe. Und da sehen wir auch, okay, dieser Wig, wo wir drüber gesprochen haben, hier bei 1.680 US-Dollar, wurde drunter geschlossen mit der vorherigen Candle und auch mit der heutigen Candle wurde bisher drunter geschlossen. Also es sieht schon hier wieder deutlich mehr nach Liquidationswigs aus. Das heißt, die Liquidation darüber wurde abgegriffen und jetzt mögliche Trendwende. Also es gilt jetzt hier komplett aufzupassen. Nicht nur wegen den Non-Farm Paying Walls, sondern auch wegen Daily Close, beziehungsweise jetzt Richtung Wochenende. Wir müssen hier höllisch aufpassen, jetzt nichts über Stürzes hier zu machen, weil die Trendwende könnte jetzt zumindest kurzfristig, und darüber reden wir jetzt die letzten Wochen immer wieder, könnte jetzt eingeleitet sein für ein höheres Tief. Und das erwarte ich bei Bitcoin immer noch um die Region. 18.000 bis 20.000, das ist das Ziel, das ist der Weg. Wer Mandalorian guckt, kleines Filmzitat, und bei Ethereum hier unten weiterhin diese 1.400 US-Dollar-Region. Und danach können wir über Swinglongs nachdenken, über unser restliches Kapital, was ich hier immer noch rumliegen habe, um dann möglicherweise die Trendwende und ein wirklich höheres hoch zu traden. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Später kommt noch XRP-Update, es ist Freitag, wird wieder Zeit für XRP. Gerne Like da lassen, Abo da lassen, wünscht euch irgendwelche Altcoins unten in den Kommentaren, wenn wir die nächstes Wochenende oder übers Wochenende mal angucken sollen, gerne unten reinschreiben. Dann war es das von meiner Seite, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Like da lassen, Abo da lassen, macht die fucking 3.000 Abos voll, würde ich mich riesig drüber freuen. Dann war es das von meiner Seite, wir hören uns später wieder, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.